Döp 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 Hallo Leute da draußen, hier ist der einsame Wanderer, euer Lieblings-Nazi-Verarmloser, Fan von Gigi Mussolini. Ich bringe euch neue News und zwar unfassbar in Mönchengladbach. Anwohnerin meldet rassistische Gesänge zu L'amour toujours, wenn ich das richtig gesprochen habe. Ich bin kein Franzose. Polizei löst 18. Geburtstag auf. Allein die Schlagzeile ist schon ein Kracher, wenn es nicht so traurig wäre. Eine Anwohnerin meldete die Polizei, dass sie aus einer Kleingartenanlage in Mönchengladbach rassistische Gesänge und Parülen zu dem Lied L'amour toujours gehört habe. Die Beamten lösten deshalb die Geburtstagsparty eines 18-Jährigen auf und schalteten den Staatsschutz ein. Alter, allein das Ding, irgendeine Pfeife möchte jemanden anhängen, hat vielleicht einen witzigen Humor, ruft die Polizei und sagt, die machen da döp döp döp. Dann sprengen die deine Party, schalten den Staatsschutz ein auf einen Verdacht, der noch nicht mal strafbar wäre. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Deutschland ist so krank. Gut, gucken wir mal rein. Am Samstag verhalten 30 Personen im Mönchengladbacher Stadtteil Windberg den 18. Geburtstag eines jungen Mannes in einer Kleingartenanlage. Doch die Party wurde je unterbrochen. Eine Anwohnerin rief die Polizei, weil sie angeblich rassistische Gesänge und Parülen zu dem Lied L'amour toujours gehört haben will. Also irgendeine Pfeife, die irgendwas gehört haben will, crasht dir deine 18-Jahres-Party. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Auf die wäre ich, glaube ich, ziemlich ange... Naja. Die alarmierten Beamten lösten daraufhin die Feier auf und stellten die Personalien der Anwesenden fest. Nur ein Mittel der Staatsschutz. Nochmal, ganz kurz, in was für einem Land wir sind. Da ruft jemand die Polizei und sagt, ja, ich habe da was gehört, was nicht strafbar ist. Die beenden deine Party, nehmen all deine Personalien auf und hetzt den Staatsschutz auf den Hals. Die hätten auch hingehen können und sagen können, was haben sie denn da gespielt und so. Nee, die Party wird aufgelöst. Das ist krank in unserem Lande. Richtig, richtig krank. Während die Polizei sich leider bei Messersteckern nicht besonders geschickt anstellt. Man muss es so hart sagen, das war nun leider keine Glanznummer. Ne, in Mannheim. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, rief die Anwohner und ging 23.34 Uhr bei der Behörde an, nachdem sie die Gesänge aus einem Zelt, das in der Kleingartenanlage stand, gehört haben will. Das ist so schwammig, Alter. Also bei lauter Musik, naja, gut, egal. Diese Aussage reicht, um Beamte loszuschicken, die die Party beendeten. Ja, weil der Staat da genau wie bei Schlümpfen hart reagiert. Du kannst hier Leute messern, fesseln, umbringen, was auch immer. Das ist alles nicht ganz so tragisch. Da wird dann einfach gesagt, ja gut, psychisch krank. Aber so ein Ding, wo der Staat das Gefühl hat, er fehlt Boden gegen die Bürger. Die nehmen ihn nicht mehr ernst und sie machen sich über ihn lustig. Da reagiert der Staat hart. Weil hier fühlt er sich in seiner Herrschaft direkt bedroht. Sie nahm die Personalie und der Partygäste auf und schalteten den Staatsschutz ein, obwohl bei Eintreffen der Polizei nicht mehr gesungen würde. Das zeigte die Polizei auf Anfrage der Rheinischen Post mit. Nochmal. Die haben nichts, keine Beweise, gar nichts. Das ist eine Behauptung von irgendeiner Thuse. Das ist so unglaublich. Das ist so unfassbar. Einfach so. Auf Verdacht. Unglaublich. Die Polizei teilte der Zeitung weiter mit, dass es widersprüchliche Angaben der Vernommenen gegeben habe, weshalb man auf weitere Zeugen angewiesen sei. Also das heißt, ihr habt gar nichts in der Hand, heißt es auf Deutsch. Der Staatsschutz ermittelt, weil zu Gigi Mussolinis Hit bestimmte Texte gesungen worden seien, die in, so schreibt es die Rheinische Post, rechtsextremen Kreisen üblich seien. Na und? Das ist nicht strafbar, ihr Pfeifen. Auch die Rechtsextremen dürfen singen. Ja, und außerdem rechtsextrem bin ja auch ich. Rechtsextrem ist ja jeder heute, der vielleicht Corona irgendwie kritisiert oder sonst was. Also es hat ja nichts mehr zu sagen, dieses Label. Außerdem hat es Äußerungen gegeben, die den Straftatbestand der Volksfetzung erfüllen könnten, so der Polizeisprecher. So, so. Ihr meint so, wie meint den Schlümpfen und dann vielleicht doch nicht? Es gab allerdings auch Aussagen, die ein anderes Bild zeichnen. Bei der Rheinischen Post meldeten sich drei Partygäste, die behaupten, dass es auf der Feier keine rassistischen Gesänge oder Verholen gegeben habe. Wenn ich sowas gehört hätte, hätte ich die Party sofort verlassen, sagte ein Mann der Zeitung, der nicht von der Polizei vernommen worden sein soll. Es bleibt also Unglaub auf der Party, die von Sylt bekannte Parole Deutschland den deutschen Ausländer raus, die sich nach dem Skandal zu einem regelrechten Internet-Meme entwickelte, ertönt ist. Leute, langsam glaube ich, das ist Satire hier auf das Bono News. Das ist gar nicht echt. Das ist so verstreitet. Ist das Satire hier? Das kommt einem fast zuvor, ne? Das ist ja völlig krank. Nochmal, die Polizei kommt, weil du singst. Und ich meine, das ist ja auch eine Eigentumsverletzung. Die dringen ja in deinen privaten Raum ein. Das geht normalerweise nur, wenn wirklich was Hartes vorliegt. Aber nicht von irgendwelchen Leuten was singen. Und nochmal, wo ist die Begründung? Wo ist die Begründung? Du darfst das singen in Ausländer raus. Das darfst du. Es ist nicht strafbar. Davon abgesehen, dass auf einer Party die Leute betrunken sind, etc. Vielleicht hat sich die Anwohnerin auch verhört oder wollte, dass die Party endet, weil sie zu laut war. Ja, das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Einfach mal denunzieren, weil man die Leute nicht mag. Deren Party sprengen, weil man so hasst. Das ist auch ein guter Grund. Man könnte jetzt auch bösartig sagen, vielleicht sollte man die Dame, die da angerufen hat, mal etwas näher beleuchten. Wer ist denn das so? Welchen Namen hat er hier und so? Aber gut. Doch selbst wenn die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen die Zeit zu L'amour toujours gröten, dann wahrscheinlich aus Hütz und Tollerei. Und das mit ziemlicher Sicherheit unter Alkoholeinfluss. Nein, nein. Drogen und Alkohol sind nur bei Migranten eine Entschuldigung. Nicht bei Deutschen, die das singen. Wenn es denn Deutsche waren, das wissen wir ja gar nicht. Kürzlich entschied der Staatsanwaltschaft Augsburg zudem, dass nicht strafbar sei, die Parole Deutschlands den deutschen Ausländern rauszusingen. Sie hatte ermittelt, nachdem bei einem Faschingsumzug in Landsberg mehrere Mitglieder der Landjugend hohen Furcht diese Zeilen auf einem Wagen gesungen hatte. Bevor es zum Gerichtsverfahren kam, stellte man die Ermittlungen jedoch ein, weil der Sachverhalt nicht den Tatbestand einer Volkswärtsung erfülle und Mitte nicht strafbar sei. Es gibt immer ganz viele Leute, die sich voll davon distanzieren und sagen, das ist voll eklig und so. Ich versuche das etwas differenzierter zu sehen. Deutschlands den deutschen Ausländern raus, wirkt unheimlich rechtsradikal und unappetitlich. Ich würde es aber davon trennen, du kannst natürlich in der Plattenparole eigentlich ja auch durchaus eine differenzierte Kritik anbringen. Ausländer raus, wenn sie illegale sind, wäre ja in Ordnung. Deutschlands den Deutschen, also Deutschland immer zuerst, also nicht im Sinne von der Höcke, das darf man ja nicht sagen, höre ich ja in anderen Ländern auch völlig normal und in Ordnung, nur bei uns halt nicht. Von daher ist das ja bei uns auch so gehypt, dass es böse ist. Man könnte das aber auch viel unspektakulärer ansehen, das Ganze und interpretieren. Gut, wie dem auch sei. Die Staatsanwältin gab an, dass der Straftatbestand erfordere, dass über die Kundgabe bloße Ablehnung und Verachtung hinausgehend zum Hass gegen Ausländer aufgestachelt oder zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen Ausländer aufgefordert worden sein müsste. Oder Ausländer unter Verletzung der Menschen würde beschimpft, verleumt oder böswillig verächtlich gemacht werden. So, das ist unser Staat und das ist diktatorisch. Das ist wie in Regimen, die wir schon mal gehabt haben. Und das ist deshalb so scharf, weil der Staat an Boden verliert. Er hat Angst, dass er nicht respektiert wird. Die Leute lachen ihn aus, sie lachen die Politiker aus. Und das kann man sich nicht leisten. Du kannst hier gerne Morden, Plünden, dann vergewaltigen. Das ist alles im Plan mit drin, das geht in Ordnung. Aber der deutsche Michel darf sich nicht wehren. Der hat die Fresse zu halten. Und wenn er dann lacht und dich verächtlich macht und dich nicht ernst nimmt, das zeigt, indem er sowas grölt. Und das geht überhaupt nicht. Und da muss man mit aller Gewalt draufschlagen. Das tun Systeme, die wie verletzte, verwundete Tiere in die Ecke gedrängt werden und das Gefühl haben, sie verlieren an Boden. Das sind Systeme, die so etwas machen, die das Gefühl haben und die Angst haben, dass sie in die Bedeutungslosigkeit verschwinden können und dass man nicht mehr auf sie hört. Und deshalb ist diese Reaktion so hart und übertrieben. Und das ist eben immer ein Zeichen von antidemokratischer Struktur. Ganz klar. Ja, das war's von mir heute. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentarbereiche schreibt. Ich würde aus Prinzip auf Partys immer Dörp, Dörp, Dörp spielen, ohne was zu singen und einfach grinsen. Da kann der Staat nämlich gar nichts machen. Dann müsste er weitergehen, müsste er das Lied komplett verbieten, was er schon teilweise getan hat, also seine willigen Schergen natürlich. Aber damit kann man den Staat natürlich wunderbar bloßstellen. Gut, das war's von mir heute. Bitte teilt das Video, lasst einen Daumen da, also einen nach oben natürlich. Und wir sehen uns bald wieder. Unter anderem wahrscheinlich zu bisschen böse. Könnte eventuell Donnerstag kommen, müssen wir mal gucken.